Ich habe gerade erst mal wieder von Amazon ein neues Spiel bei mir geschossen für meine Spiegel-Sammlung was ich wirklich für ein Apple und ein Ei geschossen habe Oh, und das ist sogar... Wow! Ich bin echt ein bisschen perplex, um ehrlich zu sein weil das Spiel... Ich habe mir die englische Ausgabe geholt von Lords of Xiddit Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe Aber es hat mich, glaube ich, grandiosend 11 Euro 13 Euro, ich weiß es nicht gekostet Auf jeden Fall wirklich günstig Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was da drin ist Wow, für 13 Euro ist das nun wirklich ein Schnapper gewesen Muss ich jetzt schon mal zugeben Sogar für meine Verhältnisse Ich mache ja sonst immer Schnapper Aber das Spiel ist schon Für 13 Euro richtig Richtig nice Für 3 bis 5 Spieler Ab 14 Jahren aufwärts Ich pack's doch aus Geh doch auf da Sooo Da haben wir es Lords of Sigit Sigit Fuck you Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird Brauche ich jetzt mal eine Anleitung Sooo Dann gucken wir mal, was wir alles da drin haben Hier haben wir die Regeln auf Englisch Hier haben wir Irgendeinen Bauplan Das muss ich mich da noch reinfuchsen Was haben wir hier? Hier haben wir eine Karte von dem Land Hier haben wir irgendwelche Punkte, Marker und Charaktere Scheinbar Hier haben wir die Teile Wofür die Bauanleitung ist Wenn man das dann zusammensetzt Okay Für alle 4 Spieler, klar Zack Wow Wow Ich hätte jetzt eigentlich bei dem Preis gedacht Dass es so ein Low Budget Game ist Aber das ist schon ziemlich nice Hier haben wir noch ein paar Hafenmarker Wofür diese Hafen auch immer sind Dass diese Marker hier scheinen Irgendwie Gegner zu sein Würde ich jetzt einfach mal behaupten Warum ist das so einfangreich Was soll denn das? Noch mehr Marker Hier haben wir dann scheinbar jetzt Komm her Spielbrett Einmal das Spielbrett bitte Spielbretter auseinander Und dann wieder zusammen zu kriegen Oh wow Das ist sogar Oh Gott Das ist ein mega Spielbrett Ist mir gerade mal aufgefallen Okay Das werde ich jetzt auch Mal da drinnen lassen Und Okay Und hier haben wir Fuck So viele Sachen In kleine Tütchen verpackt So wie Unterlegscheiben Und da glaube ich Um diese Teile da zu installieren Hier haben wir Äh Ständer für die Figuren würde ich sagen Für die Charaktere Hier haben wir Keine Ahnung Hier haben wir Soldaten Hier haben wir Kleine komische Gnomenteile Oder Elfen sollen das sein Ich weiß es nicht Irgendwelche Zaubererviecher Bauern So und hier Ja Hier haben wir noch mehr Marker Wo ich überhaupt keine Ahnung Und dann sind noch ein paar Tütchen dabei Für die ganzen Sachen Und hier unten sind noch Es sind noch mehr Bauteile Oh mein Gott So Ist ja Ja Auf jeden Fall Wenig Karten Ob man für das Spiel überhaupt eine deutsche Anleitung braucht Wage ich irgendwie stark zu bezweifeln Scheint relativ Übersichtlich zu sein Auch von den Von den Regeln her Oder das Regelblatt war ja relativ Relativ klein Zur Not kann man sich das auch glaube ich Ich habe das irgendwo gelesen Dass man sich das ohne Probleme auf Deutsch runterladen kann Wenn man es unbedingt braucht Ich brauche es jetzt nicht Aber es ist halt Überschaubares Regelwerk 19-20 Seiten Ist okay Jetzt habt ihr das Spiel mal gesehen Ich werde euch das verlinken Vielleicht habt ihr auch noch Glück Dass es dieses Spiel Immer noch zu dem Preis gibt Es kostet normalerweise Wenn man sich die deutsche Version holt 2 Sekunden Ich muss kurz mein Käffchen greifen Wenn man sich die deutsche Version holt Glaub ich Zwischen 25 und 34 Euro Und ich habe wie gesagt Ich habe gerade 13 Euro dafür bezahlt 13 oder 14 Euro glaube ich Mit Versand Von Amazon ist halt Wie gesagt die englische Version Sieht aber schon ganz cool aus Das Spiel Mal gucken Meine Leute und ich Das mal zocken werden Wenn euch das Video gefallen hat Lasst mir einfach einen Kommentar da Oder auch nicht Lasst mir einen Daumen hoch da Einen Daumen runter Abonniert meinen Kanal Schreibt mir eine Nachricht Alles cool Ich wünsche euch noch Einen schönen nerdigen Tag Bis denn dann Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal